Amy Adams und Christoph Waltz in einem Tim Burton Film. Das kann doch nur gut werden! Oder? Oder? Big Eyes, der am 23. April diesen Jahres in die deutschen Kinos gekommen ist und in den 50er und 60er Jahren spielt, erzählt die wahre Geschichte von Margaret Keane, die ihren Mann verlässt und ihr Kind schnappt, um dann in San Francisco ihre Künstlerkarriere voranzutreiben. Das funktioniert aber nicht so gut, weil zu diesem Zeitpunkt sich Bilder von Frauen nicht verkaufen lassen. Wie es der Zufall so will, trifft sie den charmanten Walter, der vorschlägt, die Bilder einfach unter seinem Namen zu verkaufen. Die beiden heiraten und sind immens erfolgreich. Nur stellt sich dann heraus, dass Walter nicht der nette Kerl ist, der zu sein scheint. Big Eyes ist kein wirklich typischer Tim Burton Film. Er ist weniger bunt, er ist weniger verrückt und weniger ausgeflippt. Das liegt aber zu Teilen natürlich auch daran, dass es eine wahre Geschichte ist. Hin und wieder kommen zwar Tim Burt'sche Elemente durch, die sind aber im Vergleich zu seinen Vorwerken stark zurückgefahren. Amy Adams ist es dann auch, die diesen Film trägt. Ihre nuancierte Darstellung der schüchternen und naiven Hausfrau und Künstlerin ist wirklich stark. Das hat ihr dann auch dieses Jahr den Golden Globe für die beste Komödie gebracht. Auf der anderen Seite haben wir Walter gespielt von Christoph Waltz. Und ich kann es nicht anders sagen, Christoph Waltz läuft in diesem Film schauspielerisch amok. Es fühlt sich fast so an, als ob die beiden in zwei völlig verschiedenen Filmen spielen würden. Auf der einen Seite Amy Adams, die sehr zurückhaltend und glaubhaft agiert. Und auf der anderen Seite Waltz, der einfach über alle Stränge schlägt. Und wahrscheinlich in jeden anderen Tim Burton Film wunderbar reingepasst hätte. Nur hier ist es einfach fehl am Platz. Gerade da wäre es doch die Aufgabe vom Regisseur gewesen, regulierend einzugreifen und die Handbremse anzuziehen, um dieses Ungleichgewicht zu beseitigen. Und das ist schade, denn die Geschichte, die dem Film zugrunde liegt, ist eigentlich sehr interessant. Nur merkt man einfach beim Schauen, der Film weiß nicht, wo er eigentlich hin will. Das Ende wiederum ist dann doch recht gut gelungen. Christoph Waltz funktioniert dort auch besser. Trotzdem reicht es nicht für eine Wertung über 5,5 von 10 Punkten. Es wird mal wieder Zeit, dass Tim Burton einen richtig guten Film abliefert. Denn Mittelmaß hatten wir in letzter Zeit genug. Das war meine Review zu Big Eyes. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr den Film gesehen? Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Und lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und abonniert den Kanal, denn es wird noch viel, viel mehr geben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.